Das müsste dann, glaube ich, nach Adam Riese genau aufgehen. Die Stonies kann ich dann da schon mal wieder reinschmeißen. So, Porzelanklee. Und jetzt wollte ich noch einen Awesome-Mite-Block machen für den Awesome-Mite-Block. Mal eben gucken. Das war Diamant, Gold und Flink, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Plus Eisen, plus Redstone. Ah, Smite-Herr. Also, ich will das herstellen. Dafür brauche ich drei davon. Okay, das heißt, es muss doch drei teilbar sein. Ein Block, ja? Jo. Das heißt, ich brauche mindestens zwei mal drei. Das heißt, ich brauche drei Gold, drei Eisen. Und zwölf Redstone. Drei Gold. Drei Eisen. Und zwölf Redstone. Gut, ich könnte jetzt auch Lava nehmen, aber Lava sind dann so effizient im Schmelzen von Sachen. Auf lange Sicht werde ich für die Obsidian-Produktion es auch vorsehen, dass ich die Awesome-Mite-Blöcke verwende. Ihr werdet dann sehen, wenn ich das Ding gebaut habe, warum das so gut ist. Ich glaube, ich brauche zwei Diamanten und zwei Flink. Diamant. Diamant! Ja. Dass die auch meinen hier irgendwo rumbacken zu müssen. Schön, schön. So, Diamant. Die Flink. 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 Ich bin so ein Ees. Porzellanklee hat nichts im Ofen zu suchen. Ich muss doch aus dem Porzellanklee erstmal die Unrecruückeball herstellen. Manchmal bin ich ein zesprauter Professor, aber wirklich so manchmal. Kann ich das eigentlich schon lomchen? Mal gucken. Das sieht echt aus wie Fisch und Reis. Also das hier. Also hier unten sieht man so ein Fischfilet und dann so ein Haufen Reis nebendran. Fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Soße. Hm. Naja, dürfte sowieso ein bisschen drückend sein. Wer weiß, wie lange der Creeper das im Magen hatte. Das klang jetzt ein bisschen komisch. Hat auch ein bisschen komisch geschmeckt. So, die Crucible haben wir schon mal. Dann brauche ich, glaube ich, nochmal 5 Eisen und 2 Chips. Eine zum Obenaufstellen und eine für... und eine für... na, ich hab noch ein paar. Daher die 5 Eisen. So, dann mal so zum Crafting Table. Die Kisten gebaut. Eine Kiste so. Eine Kiste mit Eisen und Mandeln. Das haben wir noch so halbster. So, die NASA Workbench hab ich da hinten. Richtig, richtig. Das heißt, hier kommt dann irgendeine Tonenkatt hin. Moment. Moment. Momentchen. Jo, für den Galactic Craft Teil brauche ich eigentlich eigentlich gar nicht allzu viel. Äh, ich soll die Spitzhacke in die Hand nehmen. Das geht vielleicht besser als das Schwert. Hallo, NASA... NASA Workbench? Ach, da hinten. Gott sei Dank. Ich hab schon gesagt, die ist wieder sonst vorhin geschoben. Also, dann brauchen wir den NASA Workbench. Man nimmt hier direkt. Ich sollte nicht mit der Mauerpolliieren. Nein. Gut. Dann können wir hier ungefähr die Fusere hinstellen. Den Hopper schon mal oben drauf stellen. Hopp. Und dann noch die Kiste oben drauf gepackt. Tada. Setup für die Ölproduktion. Moment, gegen Feinaree kann ich jetzt dann eigentlich theoretisch darüber haben wir eigentlich noch... Äh, nein, im Moment muss ich da noch mit dem einmal hin und her laufen. Irgendwann kommt er dann da rüber. Wenn ich den Leuchte-Pyjama fertig hab und die nächste Wolle dann wieder in ein Kabel gehen kann... Ähm, da ist nix. So, was ich jetzt eigentlich vorhin hab, war Holzfrauen. Und zwar in rauen Mengen. Ah, zwischstecks dann ja so. Okay, die da noch dran sind. Das ganz, ähm, eben noch den Außenmalz. Ja, da war einfach drin. Abholen und dann alles in die Werkbank tüdeln. Tüdeln, 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 tüdeln. Und ein Außenmalz-Block. Yay! So, damit ihr einen Vergleich habt, laufe ich mal eben hinten an die Crucible, die mit Lava gefüttert werden. Da ist er zum Glück noch auf. So. Also, die Crucible hat eine Melting-Speed oder eine Schmelz... eine Schmelzgeschwindigkeit von zweifach. Wenn ich das Ganze jetzt mit einem Außenmalz-Block versehe, vervielfacht sich das Ganze. Außenmalz-Block drunter. Tada! Schmelz-Speed gestiegen. So, dann kann ich hier oben das Holz reinlegen. Füttert den Hopper und der Hopper füttert die Crucible und ich bekomm mal Öl. Yay, wir werden zum Öl-Magnaten. Fast. So, hier könnt ihr mal wieder einen Steck mitnehmen und hier hinten reinstopfen. Nur mal so nebenbei. So. Also, das hätten wir. Dann, was brauchen wir denn noch für die Raktiten? Öl-Produktion ist ja schonmal ein Angeschlüssel. Rocket. Genau, wir brauchen die Finnen und für die Finnen brauche ich jeweils nochmal zwei Stahl. Wir hatten, glaube ich, ein bisschen mehr Stahl gemacht, als wir brauchen. Richtig. So, das war so und... 4. 1, 2, 2, 3, 4. Die 4 Finnen fertig. So. Ja gut, ich mach das jetzt mal so. Also, wenn man nicht ganz aufgeht. So, jetzt brauche ich, glaube ich, noch ein Steinchen für einen Appel. Genau. Dann ein Flint, ein Eisen für ein Feuerzeug oder Flint und Stil. Genau. Tada. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr einen Zinn, oder? Die Finne braucht doch... 9. Braucht doch so ein 7, ne? Ja, ich muss nur mal... nochmal... Nummer 1. Äh... 5. 3 Stücke, falls ich noch... 6 Stück. Erstmal 5. Warte, 10. Hülchen sind völlig... Oder Hühlenplatten. Oder Hühlenplatten. So, das sieht jetzt nicht ganz aus. Dann machen wir das mal eben so. Sieht zwar ein bisschen blöd aus, aber... gut. Man kann so halbwegs die Rakete erkennen. So, die Engine, die braucht dann so ein Gitter. Und nochmal... Ich wusste doch, dass wir T1 Duty Plates noch brauchen. Wie viele Bronze haben wir noch? Die 6 Stück. Wie viele brauchen wir? Hier... Auf alle Fälle nochmal 4 Bronze. Das mache ich eben mal hier in dem kleinen Crafting... Menü. Genau, das gibt dann nochmal 2. Die Platten sollen fertig sein. Dann kann ich das mal... Nein, nicht Shift klicken. So, damit hätten wir das Zinn, was wir brauchen für die... Für das Vent... Oder das Gitter. Sieht ja eher aus in Gitter, oder? So, also wir haben das Vent, wir haben den Button, wir haben das Flint und Stil. Dann müssen wir noch 4 Duty Plates 1 herstellen. Den Zinnkanister haben wir sowieso. Okay, dann hoffen wir mal, dass das aufgeht. Das heißt, ich muss nochmal die komische Gestaltproduktion anschmeißen. Sonderfalls... 4 sind 8 insgesamt, ne? Ja. Also 8 Eisen und 32 Cola. Ja, das ist im Moment der schnellere Schritt. Wo ich ihn halt nicht ungern mache, aber... Wir brauchen es halt, um halt die Rakete in dieser Folge halt noch fertigzustellen und nebenbei eventuell die... den Leuchtepyjama in Folge. So, dann hätten wir ja 8. Genau. Das wäre dann schon mal korrekt. Wir brauchen dann noch... 8 Aluminium. So, dann werden wir mal eben nochmal eine Schere bauen, weil die aktuelle Schere dürfte vorher kaputt sein. Jetzt müssen wir mal das Eisen aus der Barrel. Gehen dann nochmal eben Wolle scheren. Wolle scheren, das klingt so komisch. Leafs scheren. Niemand da. Zumindest habe ich niemanden gesehen. So, dann mal das hier abgebaut. Und... ... ... ... ...